Was kann ich denn noch holen? Ich hab 5 Lernpunkte. Elementarismus, Elementarismus und Entropie. Elementarismus und Entropie. Wieso habe ich so viel mehr Ausdauer und... Ne. Aber immer doch. Gut. Elementarismus, Expertenbuch und Entropie. Kommt nämlich beides direkt mit. So. Und... Meisterbuch der leichten Östung. Hast du nicht. Okay. Schreitet wohl. Ja. Gut, gut. Zack, zack, zack. Datteln. Nur das Beste aus andraläischem Boden. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der Wege. Was kann ich euch Gutes tun? Ja, ja. Ja, ja. Aber gerne doch. Ich möchte von dir noch ein bisschen was. Ähm... So. Kommt wieder. Gut. Und dann einmal... Ab zum Sonnentempel. Und da wir ja demnächst aufsteigen werden, holen wir uns dann noch ein paar Bücher, die halt passen. Und dann werden wir halt... loslegen, würde ich sagen. Hm? Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ja, ich weiß. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Meisterbuch der leichten Östung. 900. Lehrlingsbuch der Hand... Ähm... Expertenbuch der Handwerkskunst. Das macht ja auch keinen Sinn mehr. Komm. Schreitet wohl. Ja, gut, gut, gut. Ist alles in Ordnung. Das macht so... nicht mehr viel Sinn, was ich hier machen möchte. Aber... Können ja noch ein bisschen... Hä? Elementarismus und Entropie. Noch ein bisschen was holen. Natürlich. So. Komm. Gib mir... Expertenbuch Elementarismus. Fünf Stück. Gib mir... Expertenbuch. Entropie. Auch. Fünf Stück. Gut, gut. Schreitet wohl. Das wird wohl reichen. Hoffe ich mal. So, jetzt muss ich nur noch wieder zurück zu dieser Höhle. Wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Na? Weg damit. Ah. Da bist du ja. Und? Hast du's gefunden? Erstmal natürlich wieder alles umziehen. Also. Äh... Was ist denn besser? Ich fürchte, das ist immer noch besser. Mhm. Ähm... Habe ich eigentlich diesen, ähm... Handschuh? Da, hier. Wert bei mir drauf. Erhöht Mana um 50 Punkte. Seltsames Fiderl. Scherbe des Siegelsteins. Stiefel des Tribunals. Äh... Ja... Ich in der Hand des Tribunals. Ach doch! Tatsächlich. Tatsächlich. Pass gut darauf auf. Magister Ragon hackt uns. Dann ab zum Miradenturm und ab. Zur Sterlingsmacht. Wir haben jetzt ja schon wieder eine halbe Stunde in Arkt zugebracht. So rein wollte ich das jetzt zeigen. Was ist denn da passiert? Aber... In der medische Leiche. Hm? 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 Okay. Das passt ganz und gar nicht zusammen. Geht weiter! Na ja. Aber schön, dass Sie hier so ein bisschen was reingebracht haben, dass man merkt, dass es... Schreitet wohl! Was hier geschehen ist. Wohin soll ich euch bringen? Ich wäre gerne einmal nach... Dünenheim. Ist doch richtig. Einmal nach Dünenheim. Ja, müsste richtig sein. Also nee, müsste es hier sein. Ja, oder? War das nicht so? Ja. Nein, ich würde nicht mehr machen. Es geht mir ab. Du musst dich doch mal weg. Ich werde nicht mehr weg. Dann Nummer drei. Bis zum nächsten Mal. Höhle. Verdammt. Ach egal. Laufen wir erstmal geradeaus. Irgendwann werden wir schon merken, dass wir entfällig oder falsch schlafen. Ach ähm. Feuerelementer. Da sind wir doch richtig. Hoffe ich jetzt einfach mal. Dass das die richtige Höhle ist. Na, alt Lyria, bist du es oder bist es nicht? Hm. Nein, du bist es offensichtlich nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht gegen irgendwas in diesen Sachen kämpfen. Na? So, wo muss ich jetzt hin? Hier irgendwo. Ich habe mich ja auch schon. Verdammt, bin ich jetzt doof? Nee Da ist es doch Genau, hier muss ich rein Das ist auch irgendwie falsch Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin muss Das ist, äh, schade Ja, hier Einzige könnte noch der Seelengrund sein. Ne, der Seelengrund ist es auch nicht gewesen. Verdammt! Äh, Jot. Ähm. Wegen der Pulverwüste. Wo ist das denn? Anwesen? Altluria. Altluria. Alte Sterlingskarpstätte, das war es auch nicht. Boah, sag jetzt nicht, dass ich nach Dünheim laufen muss. Ich muss jetzt, ich lauf jetzt einfach mal nach Dünheim zurück. Um dort zu schlafen. Super. Jetzt bin ich einmal durch die halbe Wüste gegangen und hab nichts gemerkt. Oh. Hallo mein Lieber. Da. 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 Da.